Hallo meine Freunde, vielen Dank, dass ihr euch heute da habt, Keller, vorletztes Battleship Vega Röhnchen. Ja meine Freunde, wir kommen heute in den vorletzten Part, äh vorerst, für Battleship Vega und ja, die vorletzte Folge, da müssen wir nochmal richtig einen rausböllern hier. Deswegen habe ich nochmal einen niegelnagelneuen Gast hier auf diesem Kanal, den schon sehr, sehr viele gefordert haben. Herzlich Willkommen, der Rille-Peter-Himself, Erne. Na ey, ey, Mann, Alter! Ey! Rille-Peter-Hönis am Start, was geht ab, Freunde? Herzlich Willkommen zu der Revanche von einem Battleship-Räger-Match. Wie gesagt, die Revanche, dich ist Dankeschön, Erne, dass du da bist und Bock drauf hattest. Auf jeden Fall. Das Hinspiel findet ihr bei Erne auf dem Kanal, Link ist wie gesagt und in der Videobeschreibung könnt ihr hier nach sehr, sehr gerne abchecken oder nicht nur sehr, sehr gerne, könnt ihr sofort rübergehen, wenn ihr Bock habt. Freunde, die Regeln kennt ihr. Ich weiß nicht, wie Erne's Team aussieht oder, äh, Erne weiß nicht, wie mein Team aussieht. Ich habe schon gehört, er hat da ein hohes Rating. 88er. Ja, ich habe ein 85er. Ich hoffe, der tut am Ende nicht so viel zur Sache. Aber ich habe hier ein paar lustige Karten drin, die ich nicht wiederbekommen werde, ob das jetzt so schlau ist heute. Weiß ich nicht, Freunde. Wir knallen die ganzen Trümmerlotten ab auf die Bank und dann geht es direkt rein in den Salat. Ab geht's! Dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Wolltest du mich verarschen, oder? Linker Sturm, packst du mal die 6 hin. Okay. Das hört mir zu euphorisch war das für mich. Ja. Dann gehe ich mal in eine ganz andere Ecke. Die 12 auf die rechte Stürmerposition. Okay. Und die 3 ZOM. Ja, okay. Dann haben wir. So, du packst mal hier in den linken Sturm die 7 hin. Ja. So, rechts nehmen wir mal direkt die 8. Die 8, die lacht ihr mal. Und dann ZOM, die Numero Uno. Die 1. Mann! Kann doch nicht sein, ey. Du ne Kacke da, ey. Ja, immerhin hast du mir einen grünen Link da vorne hingemacht, ja? Du bei mir genauso. Leider die falschen Leute. Ja, gut. ZM. Linker ZM, packst du die 1 hin. Ja. Okay. Mittlerer ZM die 7. Ja. Richter ZM die 10. 11. Uh. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. So, links ZM. Packst du mal die 2 hin. Ma. Was machst du denn, ey? Ja. So, weil es so lustig war, nimmst du auch direkt die 3 und 4. Die 3 in die Mitte, die 4 rechts. Ach, Gott. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Der absolute Oberwahnsinn. Mann, linker Verteidiger, die 9. Die 9. Da muss man zählen, die 8, 9. Ah, okay. Ja? Ja, okay, dann pack die 8. Linker IV. Wie? Ich hab da... Ach, okay, gut. Ah, okay. Ja, alles cool. Hab ich... Verzählt, verzählt. Hab ich fast verzählt hier wieder, ey. Gleich die Kommentare wieder. Ey, du hast dich verzählt, du Afo. Okay. Äh, rechter IV waren wir jetzt, ne? Ja. Die 2. Ja. Und Rechtsverteidiger, die 4. Okay. Alles klar. So, du packst mal hier Linksverteidiger, die 12 hin. Ja. Dann Innenverteidiger, die 10. Und Rechtsinnenverteidiger, packst du die 11 hin. Das ist super schwer. Und die Rechtsverteidigerposition belegt die Nummer 9. Das darf nicht wahr sein. Ja. Ach, nein. Du packst ins Tor die 11. Ja, okay. Und du packst ins Tor die 6. Wer ist bei dir auf der Bank? Peres von AS Rom. Bei mir. Ach, eine alte Legende. Totti 96. SBC. Leider nicht mit einem Start. Aber dafür haben wir schöne 2 Game Changer. Das ist nicht gut. Ja, das ist sehr, sehr gut. Aber komm, mein Bronzespieler, ne? Der ist ZM, den ich genommen habe. Den hast du halt ins ZM gepackt. Also ist das auch ein Game Changer, oder? Ist das ein Game Changer. Ja, okay. Perfekt. Alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, oder? Ja. Ach, Gott. So. Ei, ei, ei. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Aber immerhin muss da vorne, Alter. Huh. Ja. Das kann was werden. Aber das Pogba in der Endverteidigung. Das muss man sagen. Das ist ein Brecher da. Ja, Wahnsinn. Oh, Gott. Oh, 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 oh. Florenzi. Aber da kommt Mertens, der ist schneller. Aber der hat kein Körper. Der hat kein Körper. Oh. Ey, das kann doch nicht sein. Ich mache schon flach. Gibt es doch nicht, ey. Mertens gegen Florenzi. Das ist auch ein Zweikampf. Da läuft das Schränkchen durch. Lukaku. Lukaku. Oh. Ah. B, C, D, E, F, G. Scheiße. Was machen die denn da? Kopfnuss? Kopfnuss-Belle? Hast du es gesehen? Oh, 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 oh. Wieder dieses Duell. Dieses Duell, ey. Florenzi gegen Mertens. Ne, dieses Duell, ey. Die beiden. Die beiden? Echt, ne? Ja, jetzt hat er schon mal die Gelbe. Das ist schon mal gut. Im nächsten Zweikampf lässt Florenzi noch fallen. Dann ist er da rum. Der schießt einfach nicht. Der schießt einfach nicht. Körper, Körper, Junge. Körper, Junge. Körper. Was macht der denn da? Lass rein, Alter. Lass rein. Der schießt seinen eigenen Torwart kaputt, ey. Mein Gott, ey. Oh, das war sehr stark. Wo ist er? Oh. Das geht aber hin und her, ne? Ja, Mann. Jawoll. Fuck. Warum gewinnt der den Zweikampf denn da nicht? Scheiße. Ach. Ich glaube, das war mein Bronzespieler da. Kacke, ey. So wahnsinnig eng hier, ne? Boah, der Mertens, Alter. Ey. Was ist das denn? Wahnsinn. Oh, Manola ist da wieder, ey. Rennen rum wie falsch, ey. Ist auch so ein Duell? Oh, nein. Der braucht zu lange hier. Oh, stark. Fuck, fuck. Komm, oben steht er. Oh, meine Ullas. Das kann nicht wahr sein. Der muss nur den Ball reinbringen. Fresh from O. Oh. Sehr stark. Ey, 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 ey. Hallo. Musa geht einfach nicht zum Kopfball. Kann er das nicht oder will er nicht oder was war das jetzt? Krass. Romen, lo, 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 lo. Ja, Mann. Verteidiger, die machen mich wahnsinnig. Oh, Gott. Mann. Ja, du bist effektiver. Bist einfach effektiver. Habt ihr auch die Chancen gehabt, die? Ja, aber ich weiß nicht. Irgendwie möchte er noch nicht rein. Ja, gehen wir rein in die zweite Hälfte. Aber macht Spaß. Ja, Mann. Macht echt Bock. Alter, Anstoß, Back hier, ey, Mann, ey. Die Fackel, ey. Ahmed Musa, endlich mal. Ahmed, Ahmed. Ahmed, Ahmed Musa, Ahmed. Boah, richtig geil reingeschlenzt, ey. Richtiger Aramstoß war das. Guck dir das an, ey. Kila, ey. War ein guter Mann. Richtig. Ja. Och Gott. Der Mertens ist ja Abwehrchef geworden da hinten. Hammer, Alter, ey. Wie so eine kniende Ameise rennt der da rum. Da. Wohin. Jawohl. Ribala. Ich dachte, du spielst den direkt auf den. Du, du, du. Ich wollte auch eigentlich zu direkt den. Ja, deswegen bin ich sofort da hingegangen. Mit dem Passaun hab ich gar nicht gerechnet. Ja, stark gemacht, ey. Oh, der Bronzespieler. Ich krieg den Ball da hinten nie raus, ne. Puh. Meine. War das der Bronzespieler, der geschossen hat? Ja, ich hab sogar ganz leicht gedrückt, denn der schießt da so hoch. Fuck. Ja, warte. Spiel ist so zu abwarten da hinten, ey. Muss mal ne Grätsche kommen da hinten, Jungs. So, genau davon rede ich. Genau davon rede ich. Der Bronze, Mann, da wieder. Peinlich genug. Der hat Kacke am Elbom. Ja, guck mal, wie der aussieht. Boah. Alter. Was war das denn? Und dann springt der wieder von die Füße, Alter, ey. Das gibt's doch nicht, ey. Was war das für ein Schuss von Lukaku, Alter? Ja, wenn, dann soll der reingehen. Aber nicht wieder da so wie auf dem Präsentierteller da, ey. Alter, hast du ne Kanone. Der hat ja 99 Kraft. Ja, ja. Also, ey, 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 ey. Boah, Alter. Mann, in der 90. Du Hund. Schadensbegrenzung. Ja, ärgerlich. Die Chancen waren da. Aber du, einfach effektiv, ja. Da ist die Kalschnäuzigkeit bei dir. Aber ich bin froh, dass ich ein bisschen hier begrenzen konnte noch. Jetzt bloß kein Kassieren hier. Jawoll. Beißen, Jungs. Ach, come on, Jerry. Machen wir mal hier Nachkontrolle hier anheuern. Hier ist doch ein Heuzer da wieder am Pfeifen. Ah, 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 nein, wieder Lukaku. Ey, der eigene Mann wieder im Weg. Ich fasse es nicht. Ey, wieder Fellaini, der Buschkopf, ey. Oh mein Gott. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Echt ärgerlich. Hier war ein bisschen mehr drin. Aber war halt Spaß gemacht, das Spiel, muss ich sagen. Ja, war richtig geil, Alter. Eines der wenigen Spiele, die bei Battleship Spaß gemacht haben. Ja, gut. Ändert alles nichts an der Sache, dass wir ins Abstoßen reingehen. Zwei Stück. So, Freunde, damit gehen wir rein ins Abstoßen. Nee, da zwei Stück. Und ich sag hier von vorne rein, mir ist eigentlich jeder Spieler komplett egal. Aber bitte nicht Florenzi. Ah, Florenzi. Den hast du, glaube ich, rechts vorne hingepackt in den Sturm. Ach, du Scheiße, Alter. Lala, Natozia, bravo, ey. Oh Gott. Und der zweite Spieler. Nimmst du mal den Torwart. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Das gibt es nicht, Alter. Wer ist das? Ja, Florenzi ist das. Wer ist das? Kann doch nicht wahr sein, Alter. Der hat sich so geil zocken lassen, der Typ. Sniper war wieder am Start hier, ey. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Ja, GG. Toll. Lalan aber auch hart. Lalan aber auch hart. Aber Florenzi, das war scheiße. Ja, machst du nichts, Freunde. Jetzt möchte ich dir die Daumen Hage sehen. Wie gesagt, wir haben beim Ende ebenfalls noch eine Folge aufgenommen. Ob ich mir da die Revanche hole oder ob ich da den sich eingefahren habe, checkt dann auf jeden Fall ab. Links unten in der Videobeschreibung. Digges Dankeschön auf jeden Fall nochmal an N.E., dem ich jetzt auch das Schlusswort überlasse. Ich wünsche euch, ja, schönes Wochenende. Macht's gut. Vielleicht sehen wir uns auf der Gamescom nächste Woche. Ja, Leute, auf jeden Fall hat es mir richtig viel Spaß gemacht, die beiden Videos hier aufzunehmen, waren meine ersten beiden Battleship Wagers hier, war eine coole Sache und FIFA 18 wird das bestimmt auch nochmal geben hier von uns beiden auf jeden Fall. Ja, lasst einen Daumen nach oben da, checkt die Videos aus, ich bin raus, haut rein und ciao. Ich glaube hier weniger, dass das hier nochmal mit uns beeinigt wird. Ja. Mann, ey.